Großeinsatz an der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in Kassel. Ein Reizgas war nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr am Mittwochmittag in einem Verbindungsgang zur benachbarten Willy-Brandt-Schule ausgetreten. Die betroffenen Gebäudeteile wurden umgehend evakuiert. 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Die betroffenen Personen klagten über Husten und die Reizung der Schleimhäute. Atemschutzgeräteträger suchten nach der Herkunft des Reizgases und belüfteten die betroffenen Bereiche. 54 Personen wurden durch den leitenden Notarzt vor Ort untersucht, die Personalien wurden aufgenommen. Vier von ihnen kamen daraufhin ins Krankenhaus. Schwerverletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Der Unterricht konnte in den sicheren Teilen der Schule nach kurzer Zeit fortgesetzt werden. Um was für ein Gas es sich gehandelt hat, ist weiter unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.